Willkommen zurück hier in unserem BIY-Studio. Believe it yourself, klug ist wer selber glaubt. Wir freuen uns auf ein erfrischendes und erhellendes Gespräch mit dem Comedian, Schauspieler, Musiker, Lehrer für Physik und Religion am Albert-Mart-Möller-Gymnasium hier in Witten. Stefan Lennert, schön, dass ihr dabei seid. Dann sind wir nicht so alleine. Stefan, komm zu mir. Ja, wie machen wir es? Geben wir die Hand, machen wir Ghetto-Faust, was willst du? Machen wir so. Machen wir so? Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich. Und ich habe dich ja gebeten, fünf Zahlen mitzubringen, an denen man sich so ein bisschen entlanghangeln kann, um hinterher sagen zu können, jetzt kennen wir den Stefan. Aber was sind das für Zahlen? Die erste Zahl ist 51, das ist mein Alter. Die zweite Zahl ist die 2, das ist die Anzahl der Töchter, die ich gezeugt habe. Dann ist die 22 vielleicht eine interessante Zahl, weil das die Anzahl der Jahre ist, die ich im Lehrerberuf tätig bin. Und jetzt, da sind schon mal drei Zahlen. Und dann habe ich die 6 mitgebracht, weil 6 ist die Anzahl der Seiten meines Lieblings-Spielgerätes. Ein Würfel. Ist das so? Mit AI. Ach so, Entschuldigung. Weil ich liebe es, Gitarre zu spielen. Okay. Und dann habe ich noch die 30 mitgebracht, weil das ist die Anzahl der Jahre, die ich mit meiner Frau Britta zusammen, nicht zusammen bin, sondern verheiratet bin. In diesem Jahr sind wir 30 Jahre verheiratet. Dieses Jahr? Also 2022, 30 Jahre? Ja, genau. 92 haben wir gehiratet. Feiert ihr? Richtig? Oder fahr dir einfach zu zweit? Also, da was ja aufgenommen wird, liebe Britta, ich bringe Ihnen jetzt nicht dazu etwas zu sagen, was er hinterher bereuen kann. Also wir haben die Silberhausdark gefeiert, das hat richtig Spaß gemacht. Das war eine tolle Feier. Und wir haben auch nicht drüber gesprochen. Dann wollen wir auch nichts verraten. Mal gucken, ne? Ja, genau. Schön. Deshalb, viele, viele schöne, bunte Zahlen, die dein Leben ja auch reich gemacht haben in den letzten Jahrzehnten. Du bist natürlich jetzt auch, du hast selber gesagt, jetzt Lehrer, 22 Jahre, habe ich richtig erinnert. Das ist ja schon heftig im Moment, gerade als Lehrer, Lehrerin an einer Schule tätig zu sein. Ich glaube, es gibt viele erschöpfte Lehrkräfte, viele desillusionierte Schüler und Schülerinnen. Hast du Mutmachgeschichten so aus der Erinnerung, aus der letzten Vergangenheit, die du den Leuten mit auf den Weg geben kannst, nach dem Motto, da ist auch noch was, was Mut macht und was einem Freude gibt? Klar, also ich im letzten Jahr, Abitur letzten Jahres, nach der Abiturfeier kam bei uns an der Schule ein ganz lieber Brief an von Eltern, deren Sohn Abitur gemacht hatte. Und die haben sich bei der Schule bedankt und haben den ganzen Werdegang ihres Sohnes noch mal Revue passieren lassen und dann immer benannt, welche Lehrerinnen und Lehrer da Anteil gehabt haben, dass der Sohn, den ich gar nicht kenne, der in Klasse 5 und 6 wohl ziemlich schwierig und fast verloren geglaubt gewesen sein muss, wie er von Lehrern immer wieder liebevoll angesprochen und ermuntert und ermutigt wurde und für die Eltern schien es ein kleines Wunder, zumindest keine Selbstverständlichkeit gewesen zu sein, dass er den Weg zum Abitur gemacht hat. Und ich fand es erstmal toll von den Eltern, dass die verschiedenste Lehrer namentlich erwähnt haben und das zeigte mir auch noch mal, was für tolle Möglichkeiten man in diesem Beruf hat, um Menschen etwas mit auf den Weg zu geben. Eine Erfahrung, eine andere Erfahrung habe ich, glaube ich, heute gemacht, im Unterricht, 7. Klasse Religionsunterricht. Da habe ich jemanden eingeladen, den Lukas Bauer, der hier den Laden Ethics für ihre Kleidung in Witten hat. Und der hat so ein bisschen erzählt darüber, wo unsere Mode herkommt und mit welchen ökologischen und sozialen Problematiken sie verbunden ist. Und da habe ich gemerkt, dass das bei einigen Schülerinnen und Schülern so einen Denkprozess ausgelöst hat. Und das finde ich toll, wenn so Kinder oder Jugendliche ins Denken kommen und irgendwas aufgreifen, was man ihnen zuwirft und das dann in sich weiter bewegen. Wobei ja gerade eben da die große Herausforderung heutzutage ist, ist, dass ja viele Kinder und Jugendliche eher die Erfahrung machen, ich kann doch eh nichts machen. Also ob ich jetzt was mache oder der berühmte Sack Reis fällt um, das ist doch eigentlich egal. Diese Erfahrung hast du heute Morgen so nicht gemacht, sondern das ist wirklich aufgegriffen worden. Und es gibt jetzt Impulse zu sagen, ja, das ist schon wichtig, dass man sich darum kümmert. Also die Erfahrung machst du schon, dass junge Menschen das aufnehmen. Also eine Schülerin hat auch gesagt und 7. Klasse, die sind 12, 13, die hat gesagt, es gibt den Krieg, es gibt die Klimakatastrophe, es gibt Corona, es gibt Ungerechtigkeit da, es gibt Ungerechtigkeit hier. Ich weiß manchmal gar nicht, ich möchte gerne diese Welt verbessern, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Genau. Das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, denen die Kinder und Jugendlichen heute begegnen müssen, zusätzlich zu dem, was wir ihnen hinterlassen, aber auch zu dem, was aktuell alles noch dazukommt. Das ist ja wirklich sehr dramatisch. Was brauchen deiner Meinung nach die Menschen in dieser Lehr- und Lerngemeinschaftsschule in diesen Zeiten eigentlich am dringendsten? Was ist das? Zeit. Zeit. Und in dieser Lerngemeinschaftsschule, also Hoffnung. Zwei große Begriffe. Zeit und Hoffnung. Zeit und Hoffnung. Ich glaube, man könnte es sogar zusammenbringen, Zeit, um überhaupt mal wieder Hoffnung zu haben. Vielleicht, ja. Man kommt ja gar nicht nach mit der Seele, bei dem, was einem da so über den Weg geschüttet wird. Ich mache auch eher auch so die Beobachtung, das ist gerne auch dann so ein Gegeneinander in dieser Lehr- und Lerngemeinschaft. Deswegen nenne ich das so. Also da sind die Schüler schuld, da sind die Lehrer schuld, da sind die Eltern schuld und man schiebt sich das gegenseitig so zu und man hat eigentlich keine Zeit, sich zu begegnen und zu sagen, wir sind doch hier gemeinsam unterwegs. Also sowas wie Solidargemeinschaft. Gibt es das noch an der Schule? Und in welcher Weise bei euch? Ja, also es gibt beides. Es gibt die Falle, da stecke ich auch drin, dass man klagt und auf das System schimpft. Zu Recht. Weil es gibt auch, es gibt Grenzen und es gibt systematische Engpässe. Das hat mit Personalzuschreibung und was weiß ich zu tun und mit Raumausstattung und so weiter. Also da kann man sich auch gerne darauf zurückziehen und sagen, ich kann ja eh nichts machen. Und das kann man auch immer gut begründen und das stimmt auch. Aber ich erlebe auch die Solidargemeinschaft, ich erlebe das im Kollegium, dass da ein gutes Miteinander und Füreinander ist. Ich habe gerade Elterngespräche gehabt, die uns Lehrern, die Organisation einer Klassenfahrt abnehmen, weil es ihr Interesse ist, unser Interesse ist, auch mit den Kindern nochmal loszufahren. und die dann total hinter uns stehen und uns Dinge abnehmen. Also das gibt es auch. Erlebst du auch Situationen, die ja auch jetzt immer greifbarer sind, dass die psychischen Belastungen von Kindern und Jugendlichen auch in den Schulen schon so greifbar sind, dass es mehr geworden ist, dass Kinder und Jugendliche kaum mit den Belastungen zurechtkommen? Wie nehmt ihr das Auge in der Schule? Als ich mal eine Tätigkeit als Beratungslehrer in der Oberstufe hatte, da ist mir das aufgefallen, da habe ich die 17-, 18-, 19-Jährigen zum Abitur geführt und da ist mir aufgefallen, wie viele Schüler in der Altersgruppe eine psychische Erkrankung haben und dafür für einige Wochen ausfallen. Das fand ich bemerkenswert zumindest oder auch beängstigend. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass wir sensibel sind dafür und diese Dinge auch schneller merken und vielleicht auch die Bereitschaft, psychische Erkrankungen anzugehen und sich da eine Beratung zu holen und dann auch in eine Therapie zu gehen, größer geworden ist. Ich glaube, die Scham, die es da vielleicht immer noch gibt, die ist aber doch geringer geworden. Also wenn ich mir ein Bein breche, gehe ich zum Arzt. Wenn ich durchhänge, gehe ich zum Therapeuten. Vielleicht noch nicht. Also da ist die Scham größer. Und dann ist es auch gut, da auch eine professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also die Aufgabe, das Zuhause ist es, das habe ich jetzt auch wahrgenommen, die Widerstandskräfte des Kindes, des Jugendlichen zu stärken. Das ist das eine. Also Selbstbewusstsein und Wahrnehmung von Möglichkeiten. Was ist die Aufgabe der Schule in dieser besonderen Herausforderung, dass Jugendliche immer mehr unter seelischen Belastungen leiden? Das ist eine schwierige Frage, weil wir sind keine Therapeuten. Ja, das glaubt man immer gerne. Ja, also es gibt auch viele Wünsche und Anforderungen an Schule. Und wir bilden, wir sorgen für Bildung und versuchen zu erziehen und sind aber auch hoffentlich wache Menschen, die Dinge beobachten. Ich glaube, das ist eine Aufgabe von Schule, die Dinge beobachten, wahrnehmen und dann in den Dialog gehen müssen mit den Eltern. Jetzt wechseln wir die Perspektive und jetzt, ich weiß nicht, ob Lilly und Lea das dann sehen werden. Bist du als Vater anders als Lehrer? Nee. Ich weiß gar nicht, wie ich... Also, ich habe ja meine Tochter mal unterrichtet. Echt? Ja, ja. War das schwer? Oder ging das? Das ging. Also Lilly fand es erst richtig doof und nach einer Woche des Zurechtdruckelns haben wir das mit Humor genommen. Ja, sicher. Ich weiß es nicht. Ich bin natürlich in einer ganz anderen Rolle. Aber irgendwann fand man es, glaube ich, auch ganz lustig. Und dann sagte Lilly, als ich mal die Hausaufgaben kontrollierte, ich komme aus prekären Verhältnissen, ich habe die Sache nicht dabei. Ja, guck, was macht man dann? Hast du da eine Möglichkeit? Hast du einen Rollenkonflikt? Nee, dann sage ich, ja, schlimm. Also, da kann ich keine Rücksicht drauf nehmen, ist trotzdem... Muss man bei deinen Eltern anrufen, dass dann... Ja, und der schönste Spruch war, dass Lilly einmal sagte, ich habe in Physik eine, zwei, weil meine Mutter mit meinem Physiklehrer schläft. Das war cool, ne? So, ja, man muss gucken, wie man an seine Noten kommt. Das kann ich dir, das kann ich so anders vorstellen. Ja, genau. Corona-Zeit zu Hause, Homeoffice, alles, was damit so zusammenhängt, merkt ihr da Veränderungen auch oder Nachwirkungen jetzt noch in der Entwicklung? Oder merkst du in der Entwicklung deiner Töchter da noch Nachwirkungen? Oder was kommt da noch auf uns zu? Wie geht es... Oder wie begegnet ihr diesen Begleiterscheinungen dieser Krise letzten zwei Jahre zu Hause? Meine Töchter hat es getroffen in der Zeit, in der die eine Abitur machte, die andere studieren wollte oder auch studiert hat. Und da hatten die natürlich Einschränkungen in der Realität von Schule, im sozialen Bereich. Es hat aber beide... Die Lilly hat... Also was ich jetzt sagen wollte, es hat beide getroffen in einer Zeit, in der sie jetzt schon Jugendliche oder junge Erwachsene waren. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Nummer, wenn man das mit kleinen Kindern durchmacht. Für Lilly war es insofern schon schwierig, dass sie das... dass sie einen Auslandsaufenthalt, der geplant war, für den sie sich bewerben musste, nicht antreten konnte, weil das abgesagt war. Neben ganz vielen Einschränkungen war das für die, glaube ich, richtig viel zu knacken. Und für Lea, ja, war das erste... Das erste Studienjahr war... Das erste Studienquartal lief okay. Und dann kam der Lockdown. Also die hat die erste Zeit wirklich nur im... Aber wie viele andere auch in Online-Formaten durchlebt. Also ich erlebe es eben bei meiner Tochter, die dann irgendwann mal sagte, nachdem sie das... Nachdem sie sich eigentlich gut in dieser sozialen Distanz eingerichtet haben, nachdem wir so ein paar Tage Schule waren, ach Papa, ich glaube, ich will wieder Lockdown haben. Also dieser Rückzug auf sich selbst, dieser Rückzug in die soziale Isolation, in der man sich gut eingerichtet hatte, war dann tatsächlich auch, ja, schon verinnerlicht und sagt, das war eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich glaube, die ersten Wochen haben sie durchaus auch so erlebt, dass es so ein... Also dieses... Diese Entschleunigung haben ja viele... Also ging mir auch so. Den ersten Lockdown habe ich durchaus auch als angenehm empfunden, weil er das Leben entschleunigt hat. Das ging aber nur bis zum Sommer. Und dann war es nicht mehr was kann entschleunigen. Dann war es nicht mehr schön, ne? Nee, nee. Also ich glaube, die beiden haben sich da mit arrangiert, so. Und genießen aber und haben auch immer genossen jede Freiheit, die sich da geboten hat. Deine Unterrichtsfächer sind unter anderem Religion und Physik und jetzt tatsächlich auch Mathe, wie du gerade sagtest. Religion und Naturwissenschaften. Also um mal das Thema ganz anders... Also um mal das Thema zu wechseln. Wie geht das für dich zusammen? Also man sagt ja immer so, also Religion, da wird eben geglaubt und bei dem anderen wird gewusst. Wie kriegst du das zusammen? Das sind ja zwei unterschiedliche Herangehensweisen zu der einen Wirklichkeit, wie wir sagen. Und jeder Mensch braucht beides. Also das eine, mit den Naturwissenschaften, da versucht man die Realität zu zerlegen in kleine funktionale Einheiten und die versuche ich zu verstehen. Also ich mache Experimente, oh, das fällt runter und guck mal, dann können wir mal messen. Das ist wiederholbar, ne? Das ist ja wichtig, ne? Wie lange gibt es ein Gesetz zwischen der Strecke und der Zeit und so weiter? Das versuche ich zu analysieren und zu beschreiben. Dann kann ich damit Maschinen bauen und Autos bauen und so weiter. Und das andere ist, ich versuche die Welt zu deuten, um gut darin leben zu können. Also die Welt ist ja nicht nur Material und Dinge, die ich fallen lassen kann, sondern es ist ja auch... Ich finde es nicht, dass du hauptsächlich das nimmst du nicht die Vase. Ja, weil das ist Schöpfung, ne? Das lebt, ne? Das ist zum Staunen, ne? Das ist schön und da zeigt sich so ein rätselhafter Wille zum Leben, der ja auch in uns wirkt und jetzt gerade so im Frühling, wenn man rausgeht, überall neues Leben und das hier ist ja wieder und wo kommt das her? Ist es das Verhältnis zwischen Funktionalität und Sinn? Ja, ja, genau. Also das eine ist das Verstehen der Funktion der Schwerkraft und auf der anderen Seite eben unserem Leben unter den Bedingungen der Schwerkraft einen Sinn zu geben oder sich dort einzurichten oder eine Perspektive zu halten. Ist das der Unterschied? Ja, genau. Indem ich verschiedene, indem ich Deutungen ausprobiere, die ich auf diese Welt lege und dann wird sie zu etwas anderem. Also es macht ja einen Unterschied, ob ich den Menschen als Ebenbild Gottes sehe. Das meine ich jetzt mit Deutung. Und auch den, das weiß ich, den anstrengenden Schüler, anstrengenden Kollegen, anstrengenden Eltern als Ebenbild Gottes sehe oder eben nur als einen Idioten. Ist uns das verloren gegangen, der Welt eine Sinnhaftigkeit, unserem Leben eine Sinnhaftigkeit zu geben? Ist ein bisschen eine Suggestivfrage, klar, aber... Nö. Also gut, das ist merkst du. Also das ist ja dann auch meine Aufgabe, dafür zu werben. Diese Sichtweise zumindest für wichtig zu halten und sich darum zu kümmern, eine für mich passende Deutung dieser Welt, die nicht nur funktional ist, sondern auch mit ihrer Schönheit und vielleicht mit einem dahinterliegenden Sinn und einem dahinterliegenden Schöpfer rechnet, also eine solche Deutung sich zu erarbeiten. Ich habe dich auch mehrfach in alltäglichen Bezügen erlebt, in denen du ganz selbstverständlich gesagt hast, lass uns mal beten. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil es selbstverständlich im Alltag und nicht nur in irgendwelchen kirchlich-liturgischen Bezügen vorkommt. Mit welcher inneren Einstellung und mit welcher Erwartungshaltung betest du? Dass ich damit etwas in die Nähe Gottes rücke und das ist gut. Was auch immer das heißt, das weiß ich manchmal selbst nicht, weil ich Schwierigkeiten damit habe, Gott als eine Macht anzusehen, die direkt in diese Wirklichkeit eingreift und die der Herr dieser Welt ist in dem Sinne, dass die Dinge hier geschehen, weil Gott sie so bewirkt. Das vermag ich nicht zu glauben, aber ich glaube, dass die Nähe Gottes und Gott ist manchmal für mich sehr personal, ein Du und manchmal die Schöpferkraft, die alles umfängt und alles ins Leben einlädt, dass die Nähe Gottes gut ist. Und Gebet hat zumindest das, dass ich mich in die Nähe Gottes bringe und andere Menschen in die Nähe Gottes, der Nähe Gottes anbefehle. Und in der Erwartung eben, dass tatsächlich das Öffnen von Türen, von Sphären, von Perspektiven durch das Gebet eben dem anderen gut tut und auch dem anderen Weg öffnet, den er vielleicht vorher nicht gesehen hat. Das ist ja auch so eine Perspektive. Kirche hatte schwer, jetzt gerade auch in diesen Zeiten immer mehr. Ich habe das für mich mal auf den Punkt gebracht. Vor 2000 Jahren hat man den Christen noch die Säuglinge auf die Türschwelle gelegt, weil man wusste, die kümmern sich drum. Heutzutage hat man immer mehr Schwierigkeiten, den Kirchen Kinder anzugefehlen aufgrund der Geschichten der letzten Jahre. Welche Existenzberechtigung, welche Zukunft hat für dich jetzt nicht die Institution Kirche, aber die christliche Gemeinde vor Ort, ist das noch ein Modell, das Zukunft hat oder ist das eher auch so ein Auslaufdingen? Können wir uns das mittlerweile auch schenken? Das ist für mich jetzt eine sehr schwierige Frage, weil ich gar nicht, also ich bin sehr lange in Gemeinde gewesen und habe mich ja irgendwann mal dafür entschieden, da auszutreten, also nicht aus der Kirche auszutreten, aber ich lebe Gemeinde seit vielen Jahren nur sehr sporadisch und sehr unverbindlich, weil ich keiner Gemeinde fest zugehörig bin. Ich glaube, die Aufgabe ist es, wie soll ich sagen, den Weg in die Tiefe oder zur Quelle zu weisen, also spirituelle Angebote zu machen, noch wichtiger als Gemeinschaft, was ja auch ein wichtiger Punkt für Gemeinde ist, neben vielleicht ethischen Erwartungen, die man hat, dass einem da geholfen wird und dass Gemeinde sich engagiert für Flüchtlinge, für Menschen aus der Ukraine, die jetzt hier sind. und das sind auch sicherlich Aufgaben von Kirche, aber das Entscheidende ist es, ein spirituelles Angebot zu machen, einen Weg zu Gott aufzuweiten. Also für mich ist das tatsächlich Gemeinde einer der wenigen unverzweckten Orte, wenn es gut geht, an denen wir Türen aufhalten können. Einfach Türen aufstehen lassen, Türen zum Himmel, Türen zum Nächsten, Türen zu mir selbst und dabei helfen, durch diese Türen durchgehen zu können, also neue Räume zu entdecken, die ich von selbst aus im alltäglichen Geschehen nicht betreten würde, weil die anderen Anforderungen um mich herum so vielfältig sind, die mich zerren und ziehen in alle möglichen Richtungen und Gemeinde ist ein Ort der Türen aufhält. Das wäre für mich so ein... Das ist ein schönes Bild. Wir haben ja neulich zusammen einen Gottesdienst, einen Schulgottesdienst gemacht mit Schülerinnen und Schülern vorbereitet und ja, also ein Gottesdienst ist ja keine Veranstaltung, in die so ein Schüler so freiwillig und natürlicherweise hingeht, sondern der geht vielleicht, wenn er Interesse hat und die Schule macht sowas und die Mitschüler haben es vorbereitet und so weiter, dann kommt der da mal rein und so eine Tür in der Form, dass man sagt, guck mal, in dieser Wirklichkeit gibt es noch mehr. Ja, genau, dass es noch mehr gibt. Das finde ich, glaube ich, ist ein wichtiges Bild für Gemeinde. Denk das mal für dich durch. Es könnte ja sein, dass es stimmt. Genau. Apropos mehr. Wir kommen auf die Zielgerade. Und zwar, wir bitten unsere Gäste immer, einen Tipp mitzubringen. Was muss man unbedingt mal gemacht haben? Welches Buch gelesen, welche Platte gehört, welches Gericht gekocht, welchen Berg bestiegen? Muss nichts mit dem Thema zu tun haben. Was muss man nach der Meinung von Stefan Lennart unbedingt mal gemacht haben? Die Frage verleitet ja dazu, etwas Großes und Exotisches zu nennen. Ich fange mal mit etwas Kleinem an und das richtet sich an die Wittenerinnen und Wittener. Also den Schwesternpark, den sollte man mal besucht haben. Echt? Ja, den finde ich toll. Also gerade jetzt im Frühling, wenn dann alles anfängt, im Marzallental zu blühen und es gibt überall Rhododendren. Und das ist toll. Also ein kleiner Park in der Nähe des Evangelischen Krankenhauses, der Anfang des 20. Jahrhunderts mal angelegt wurde, um den Schwesternschülerinnen Heimat zu bieten. Deswegen wurden so verschiedene Landschaften, die es in Deutschland gab und gibt, dort nachgebaut, gärtnerisch nachgebaut. Das ist so ein kleines Juweli. Also den Schwesternpark in Witten muss man mal besucht haben, um zu sagen, man hat was Schönes in Witten gesehen. Ja, genau. Okay. Und das andere ist, man muss mal irgendetwas Kreatives erschaffen haben. Das finde ich ist ein total befriedigender Prozess. Also ein Lied schreiben oder eine Szene schreiben oder einen Text schreiben oder vielleicht was bauen. Also ich bin jetzt nicht so der Handwerker. Aber irgendwas, was Eigenes erdenken und dann machen und das dann sehen oder hören. Was ist das Letzte, was du gemacht hast? Was ist das Letzte, was du gemacht hast? Ich habe einen Heavy Metal Song geschrieben. Nein! Das ist ja... Ja. Ist der mal irgendwann öffentlich schon mal gehört worden? Nein, also ein Freund von mir hat nämlich gefragt, weil er einen Sänger hat und der brauchte für ein Projekt einen Song und da hat er mich gefragt, ob ich da mal was schreiben würde und da habe ich zwei Songs geschrieben. Das müssen wir noch mal live hören. Wunderbar. Letzte Geschichte und zwar, wir bitten auch die Gäste immer einen Gegenstand mitzubringen, der bei uns hier im DIY-Studio zurückbleibt. Was hast du uns denn mitgebracht? Ein Lesezeichen. Man sollte mehr lesen. Aber das ist ein besonderes Lesezeichen. Das ist ein Giveaway aus einem Schulgottesdienst, den ich mal mit Schülern und Eltern zusammen vorbereitet habe. Zwei Dinge. Einmal fand ich bei den Schulgottesdiensten immer interessant, dass im Vorfeld immer gesagt wurde, kommen denn da überhaupt welche? Also das war jetzt ein Einschulungsgottesdienst, die haben auch oft mit Abiturienten welche gemacht. Kommen denn da überhaupt welche? Vielleicht sitzen wir nur mit 20 Leuten. Die waren immer voll. Es war immer ein großes Interesse da. In so manchen Umbruchssituationen, da werden Menschen sentimental und denken, vielleicht gibt es noch mehr als Geld und Autos und Haus und so. Also da werden sie irgendwie offen und empfänglich. Das an sich war schon mal eine schöne Erfahrung. Und dann war das Thema Blick ins Herz. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Aus dem 1. Samuel Buch. Das finde ich ist ein total wichtiges Motto, gerade für Lehrer. Weil man sieht manchmal so bescheuerte Kinder, wo man denkt, ey, der nervt mich und so. Aber nochmal so eine andere Deutung zu bekommen und zu sehen, ey, das ist aber auch ein total wertvoller Mensch und der kann auch ganz anders sein. Das lässt du uns hier. Das lasse ich euch hier. Ich danke dir. Das erinnert uns eben daran, dass wir auch immer sehr tolle Menschen bei uns zu Gast haben, die uns dabei helfen, den Blick fürs Herz der anderen nicht zu verlieren. Lieber Stefan, danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Der Frank an der Technik fragte am Anfang, sag mal, soll ich dir nach zwölfeinhalb Minuten wieder ein Zeichen geben, damit ihr zu Ende kommt oder soll ich das mal lassen? Anscheinend haben wir irgendwie so ein Draht und sagen, Ich war eingeschlafen. Du warst eingeschlafen. Danke, dass du wieder zum Abspann gleich wieder wach wirst. Das war echt toll. Ich danke dir für deine Zeit und deine Offenheit. Ich hoffe, unser Gespräch bringt euch ein bisschen ins Nachdenken über Gott und die Welt und die Gemeinde und was euch so am Leben wichtig ist. Wir werden gleich mit dir ein neues Format als Premiere eröffnen und zwar MLKG BAY Kulturgut. Das sind kleine Konzerte, Lesungen, ein bisschen Kleinkunst, ein bisschen Kabarett, ein bisschen Zauberei, je nachdem, was unsere Gäste möglicherweise auch mitbringen. Das wird in den nächsten Wochen veröffentlicht werden, immer mal wieder und sporadisch und wir begeben uns gleich in die Kirche und machen mal da drei Songs und gucken mal, wie weit wir kommen. Ich danke euch, wünsche euch eine tolle Woche, kommt gut durch die Zeit, denkt immer dran, klug ist, wer selber glaubt. Wir sehen uns, bis dann und dir vielen Dank. Vielen Dank, hat's Spaß gemacht. Danke. Bis zum nächsten Mal.